Yo was geht man lieben Soccer Juckies, euer Anubis wieder hier. Wir testen jetzt mal Bluestacks. Mal gucken ob der Emulator dann jetzt besser läuft. Nicht wundern Fabi spielt Test Lab Manager im Hintergrund. Ich bin aber da bei Bluestacks eigentlich guter Hoffnung. Nebenbei Monster ist auch an Start. Team Deathmatch. Ähm ne eigentlich wollte ich eine andere Waffen und Ding. Achso. Ja genau die wählen. Und wie sie es will? Kein Plan ist neu. Ich will haben. Weil die Schrauben jetzt, ey, die können geprägt sie. Die macht wenig Schaden. Äh, werden wir gleich dann. Und, ey? Bis jetzt nicht. Und läuft... ZACK! Ich hab auch noch einen. 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 Ja. Bam, alter. Ich glaub kein... Uuhh, uuhh, uuhh... Rotpille Periode weg... Weil er ist hier rumgelaufen Was ist anders rum? Ein Nade bei mir Ja, läuft Äh was? Der hat doch regeneriert Der hat ja wohl einer gemacht Ich kriege hier extra diese Verstärkung, weißt du? Ja, nebenbei 2 Ja, nebenbei 2 Hier die Was ist das? Ich sehe was, ob ich nicht so kommt Kommt der mir hier mit dem? Er ist eh nur das blöde Auto Bist du? Bist du? Bist du? Ja, ich hab ihn gettetet Ich hab ihn gettetet Ich hab ihn gettetet Wobei 2 4 4 4 5 5 7 3 6 5 5 Ja 4 3 4 Was ist das? Oh, was ist das? Ach, der steht da, Alter! Was klingt denn da? Scheiße! Was? Ja, ist es. Da hätte ich nichts machen können, selbst. Ja. Der ist halt wieder COD-mäßig. Was machen denn meine Mensch? Wie schieß es? Ne. Brad! Er holt mich direkt, Alter. Mit der anderen Woche war ich besser. Vorbei. Aber keinen Hänger gehabt! Wirklich keinen Hänger! So, jetzt gehen wir mal hier auf Grafik. Das geht hier auf sehr hoch. So, jetzt mal gucken, Alter. Ja, komm, mach hier. Jetzt will ich ein bisschen provozieren, Alter. Ja. Unlead. 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 Ähm. Mit der Auslastung, damit ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ja, wir würden's machen, ne? Ja, danke. Mission failed. We'll get him next time. Stufe 65. Na, ich hab'n Gleiter bekommen. Zum Modus, den ich niemals spiel. Verlassen, so. Hier reiht's dann jetzt mal ein bisschen raus. Ähm. Dünn. Tiefenschaft. Oh, ich nicht. Anti-Lathing. Rechtzeit-Schatten. Nein. So. Änderungen werden aktiv in der nächsten Rolle. Ja. Ja. So. So. Okay. So. 10 10 und und er hat und 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 Ich glaube da auch was dran sitzt. Was ist jetzt? Er fährt flüssiger wie mit dem Gameloop. Alle gehen raus. Ach er ist wirklich nicht. Hier ist keiner. Aber anscheinend haben sie es abgestellt, dass man gebannt wird. Ja, Maddy, ich muss mal sagen, wir zocken wieder COD. 1-1? Der war böse, Alter. Hast du gesehen wie viele der war? Nee. Da standen mehr, aber wo? Tch! Aber flott, Alter. Ja. Das ist auch scheiße laut, ey. Turn on! Das ist auch schlecht von den Nervenkriegen. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Was? Das ist einfach, ich hatte richtig aufpassen. Hier ist jemand an der einen, wo man kam. Ach, egal. Ich hab ihn. Ich hab keine Nöte. Ich hab ja keine Nöte. Gibt es ein Aptekster? Hm? Ich hab ja von den anderen Apteklter erzählt, ne? Ja. Bei AFX kriegst du ja nicht die selben Gegner, ist ja beim Zugang zu der Beine. Ja. Ich hab in der Zeit gestern mehr Granaten getrunken auf meinem I-Account. Nehmen wir mal die... Jo. Was ist das denn? Ach, da hast du alles gegen. Weißt du, ich hab gestern, ich glaube, neun Kills mit Granaten gemacht. Schon krass, ne? Molotov ist bereit. Ah, Molotov. Friendly Molotov... Ich hab in der Zeit gestern. Ha, 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 ha. Alter, was war das? Ich bin Green Arrow. Einfach Abschluss auf den Kriegst. BQ mit dem... Den... 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 Der... Den... Der... 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 Keine Armour mehr. Und ich hab hier noch kein Geier drauf. Leu Alter was hat denn der alles auf seinem... Der hat ja alles. Junker, äh... Junker, äh... Junker... 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 Junker, äh... Junker, äh... Junker, äh... Gerade in Sauter. Naja.. Oh nee, wiegt dich, alter. Ne, ich will denn Dings holen, nationals, alter. Ich will ja die 6 hier aktivieren Komm, mach doch! Nee, gefeiert nicht! Ja, ich weiß aber jetzt gerade noch nicht wie Warum feiert der denn jetzt nicht? Alter! Was soll denn das? Was ist das jetzt? Oh, ist getötet Ah ne, ich seh was du meinst Aber du kannst ja wahrscheinlich immer schicken Hä? Hä? Wie der sich sogar so angeguckt hat, ne? Ja, ich hab's gesehen so Hä? Den hättest du so weit töten können, hättest du schießen können, ja? Und geil Und das war's von diesem Video Also, COD Mobile ist mit Bluestacks Back Bluestacks Beste Bis zum nächsten Mal Ciao, ich bin raus